Hallo Leute Willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Land 3 Diesmal werde ich mal 15 Minuten lang aufnehmen, wie ich das gehört habe, kann man das jetzt ab sofort, freue ich mich Da kann ich ja viel weiter kommen in diesem Let's Play Äh, ok, du weg hier, dankeschön Diese Pokémon, diese Pokémon, der, was, ok, getötet Sein Hintern ist auch noch so fett, dass er alle töten kann damit Hä, ok Ach, fick dich Fick dich Komm, ja, wo ist ein Gegner Boah, das ist ein neuer Rekord für mich Äh, äh, äh Du, 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 du Die Musik ist zu geil Und du bist weg Und rein mit uns Warte, welches Ah Der scheiß Geist Kann ich ihn nicht übertreten? Doch Ähm, wartet Okay, es geht weiter Äh Okay Weiter Scheiße, ja, das stimmt ja Verpiss dich Der kann nicht rennen, verdammt Geh, lauf Scheiße, verdammt Verfick dich Du Scheiße Ja, noch mal Verdammt Ach Du Du Pixie-Teil Ich töte dich Aber erst muss ich mal größer werden Oder ich will eine Flammenwerfer haben Dann ist alles geklärt weg und du verpiss dich komme er musste die action aha wie geht es ihnen heute ein herz okay das wollte ich aber nicht aber egal ja flammenwerfer mr team flammenwerfer alle zerstören der rausch des todes ist hier okay er tötet alle sofort das ist schon geil und flammenwerfer okay ich weiß jetzt nicht was gerade passiert ist aber irgendwie ist er gegen meinen hintern gekommen ist dann gestorben ist auch eine gute art zu sterben okay geschafft okay okay geschafft entengulasch nein das nehme ich wohl nicht oder nein ich nehme es wohl nicht ich lasse lieber alle verbrennen ein herz okay neben dazu wieder das leben was ich davor verloren habe entengulasch entengulasch lecker entengulasch ok hallo ok was kommt ist ein ufo oder was hä 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 ich verstehe das jetzt irgendwie nicht aber was ist gerade passiert was ist gerade passiert egal raus mit dir was ist gerade passiert was ist gerade passiert die 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 ach so dass er boss hingekommen aha mr boss blamwerfer krabbel lecker krabbel mr krebs ich hasse dich ich hasse dich dafür ich hasse dich unter der mann ach verpiss dich doch verdammt okay lauf nein schwimm lieber laufen kannst du auch später was das für eine dicke fliedermaus okay ich habe mich gerade auch meine zeit gibt's scheiße ich dachte schon okay rüber mit dir und was gibt es denn hier schönes ein herz aber soll ich mit einem herz anfangen wenn ich so klein bin wem ist okay wie soll ich da reinkommen du verpiss dich verpiss dich verpiss dich hast du dich verpiss dich planwerfer komm doch her verpiss dich okay weg okay das war der richtige weg super geben wir da rein das müssen uns im speichern okay okay gespeichert raus habe ich denn noch keine ahnung ich muss nur gucken aber wenigstens habe ich 15 minuten zeit 15 minuten zurück hat youtube das gemacht aber wieso eigentlich wieso eigentlich wieso hat youtube das gemacht das will ich mal wissen okay okay aber wo soll ich jetzt hingehen hallo vielleicht darunter vielleicht gucken wir mal gucken ja einfach mal da geht es wohl weiter da raus scheiße scheiße ach du scheiße lauf kann ja nicht laufen da mich ähm 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 okay ja rein okay boss fight okay was ist das für ein bämmlicher boss fight was ist das für ein bämmlicher boss fight wie soll ich ihn besiegen verdammt mich hä wie soll ich ihn besiegen nochmal ich habe ja zu glück gespeichert ach los kämpfe den weg wieder frei dankeschön okay ich hole mir dieses item da oben gab es ja noch hier dankeschön und was war das ach so der wikinger okay wikinger power yeah wikinger power aber wartet erst mal okay es geht weiter ich habe noch acht minuten aha da kommen wir sehr weit hier in diesem level okay wieso kann der bastard erziehen ich okay brutal man kann ja so viel aufstecken ähm okay okay da rein ach so ach so wartet okay es geht weiter entschuldigung für die störung wenn ihr das gehört habt wenn nicht kein problem meins 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 okay meins aber so leicht konnte man den boss besiegen okay ich dachte man muss irgendwie killen oder so aber warum zieht er so was willst du noch ich hab da 141 münzen verdammt verfickte scheiße egal noch mal versuchen alle gute dinge sind drei bitte ich hasse dich jetzt bin ich 35 ach noch einmal wenn jetzt wieder scheiße ist dann habe ich reingekackt hey das ist doch jetzt du hast echt dieses spiel will mich verarschen verfickte scheiße okay 17 münzen kriegst du jetzt nicht viel aber was soll man machen okay warum freut sich trotzdem und was kommt jetzt okay das ist mir jetzt auch geklärt die nächste welt aha kurs nummer 20 okay scheiße ist das crawling level oder was ist das scheiße kurs nummer 20 ähm ähm verpiss dich ich baue Platz okay zieh zieh um dein Leben man Maka zieh um dein Leben okay okay scheiße scheiße verpiss dich verdammt du hast du dich ich hasse dich dafür dass du so ein kleiner bastald bist ich schwach ich bring dich und du bastard ich schwach alles noch mal los ich gebe jetzt nicht auf ich weiß was jetzt genau machen muss zu glück okay der wikinger scheiße verfickte ach man zu lange gewartet verdammt ich hasse diese monster das spiel ist schwieriger viel viel schwieriger als ich gedacht habe okay leben dazu super super sieh um dein Leben Maka zieh was ich schwach alle du unfähiger Bastard ich hasse dich okay so und so weiter und so weiter ähm wartet und jetzt geht weiter ach man ach man meine kleine schwester nervt mich die ganze zeit verdammt echt du Bastard okay so kann man da rüber gehen ah scheiße zieh um dein Leben Maka zieh um dein Leben Maka okay ich bin eingeknisselt ich kann nichts mehr machen okay Selbstmord äh wartet okay es geht weiter ich habe nur drei Minuten die muss ich irgendwie sinnvoll nutzen um diesen scheiß Level zu machen aber warum will ich eigentlich das holen das brauche ich ja gar nicht das nimmt doch zu viel Zeit weg ich habe nur ein Leben scheiße ach beeil dich doch ich hasse dich ich hasse dich ich hoffe ich hasse dich ich ich hasse dich okay ey beeil dich Maka beeil dich hab reingekackt ich weiß jetzt schon das hat mich jetzt eingeholt bestimmt ja es hat mich eingeholt man ich hasse diesen Bastard ja game over ja aber stell dich mal an verdammter Fenster ja du kannst nix dafür na klar und jeder Bastard ich hasse dich ich hasse dich okay ja das ist eine Mütze von den Skull Klausel die da oben super trotzdem gehen wir jetzt da runter und machen diese scheiß Level fertig unbedingt ihr sagt einfach nichts ich sag einfach nichts ach man spring doch besser man ich hasse dich doch ja ich hasse dich wirklich ein Schlüssel was soll mir ein Schlüssel bringen ich bin nicht bei Kindermatia Mann okay nee okay G okay 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 Vielen Dank.